Wie kommst du jetzt auf die Elst? Ob er dir gefällt, will ich wissen. Du hast mich drauf angesetzt, oder? Wissen will ich, ob er dir gefällt? So hat der Mannsbild, die anderen auch. Und außerdem, ich hab ja schon einen Mann, der langt mal bis in die Haut rein. An dem hängen zwei Augen wie Kugeln am Christbaum, sagt man. Meine nicht, jetzt lass mich ihn reden. Vergiss nicht, das ist bloß gespielt. Falsch gespielt. Wenn's anders wär, ich wüsste nicht, wo aus. Wie du daher rätst. Wenn du keiner seine Frau lieber gehabt wie ich, merkt ihr das? Du musst mir sicher direkt fürchten. Nein, schlupfen möchte ich in dich. Und nie mehr wieder rauskommen. Ich muss nicht mehr wieder rauskommen.